Unsere nächste Übung in unserer Fitness- und Stabilitätsreihe ist der Ausfallschritt. Stand etwa hüftbreit, Fußspitzen zeigen nach vorne, mit einem Fuß einen großen Schritt nach vorne machen und das Knie dabei beugen, so weit, dass das hintere Knie fast den Boden berührt. Am tiefsten Punkt sollten dabei dann beide Knie etwa einen 90 Grad Winkel haben. Das vordere Knie zeigt Richtung Fußspitze und sollte über der Ferse stehen. Der Spieler sollte dabei das Knie nie über die Fußspitze schieben. Dann mit dem vorderen Fuß abstoßen und zurück in die Ausgangstellung. Das Ganze dann mit der anderen Seite wiederholen und während des gesamten Bewegungsablaufes darauf achten, dass der Rücken gerade bleibt. Auch hier wieder 20 Wiederholungen a 3 Sets, wie bei allen anderen Übungen auch und schauen wieder was Neues.